Du kennst es bestimmt, gestern hat alles funktioniert, du hast deinen Hund gerufen und er ist gekommen und heute kommt er nicht. Die Pubertät ist eine der schwierigsten und vielleicht intensivsten Lebensphasen, durch die wir unsere Hunde begleiten dürfen. Die Umbauprozesse im Gehirn können wir insofern beeinflussen, dass wir wirklich in dieser Zeit ganz besonders viel Wert darauf legen, mit dem Hund Stresssituationen zu bewältigen. Das heißt, dass ich immer auf Ruhe trainiere, dass ich mit ihm Entspannungstraining auch mal im Biergarten zum Beispiel mache. Der Gamechanger war wirklich, dass ich angefangen habe, meinen Hund systematisch zu beschäftigen und den Einstieg, wie gesagt, findest du im Apportierkurs. Buch ihn einfach, er ist kostenlos und es macht Spaß und ich freue mich darauf, dich dort zu sehen.